Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Magic Shibis Deckbauecke und heute Teil 3 der Länderreihe und wir schauen uns quasi jetzt den Rest der Utility Länder an. Alle Länder, die nicht nur Mana produzieren, sondern noch einen zusätzlichen Effekt haben, mit denen wir unsere Decks noch ein bisschen aufpimpen können. Ihr wisst denke ich worum es geht, wenn ihr die anderen Videos gesehen habt. Ich fange mal mit den Bounce-Ländern an, die haben viele verschiedene Namen, die ich habe schon so viel gehört, auch Känguru-Länder, weil die halt ein Land zurückbouncen und es ist ein wirklich cooler Cycle. Da habe ich glaube ich auch schon mal drüber geredet, aber ich wollte sie nochmal erwähnen, sie kommen alle getappt ins Spiel, jedes dieser 10 Länder sind halt wieder alle identisch. Es ist ein Länder-Cycle, quasi aus dem Descension-Ravnica-Block und wenn sie ins Spiel kommen, müssen wir ein Land zurück auf die Hand nehmen und tappen dann auch für 2 Mana. Diese Länder haben mehrere Vorteile, natürlich, wenn wir sowas wie grüne Kreaturen haben, mit denen wir Länder enttappen können. Also nicht so ein klassischer Mana-Elf, sondern eine Kreatur, wenn wir sie tappen, enttappt sie andere Länder. Das ist natürlich gut, weil dann werden die Kreaturen quasi zu doppelten Mana-Elfen, wenn wir eins dieser Länder hier enttappen. Alternativ können wir das Ganze aber auch natürlich kombinieren mit solchen Ländern wie der Radiant Fountain. Das finde ich ganz cool für langsamere Control-Decks auf jeden Fall, die noch eine kleine Live-Gain-Engine brauchen. Radiant Fountain mit ihrem Enter-the-Battle-Field-Effekt kriegen wir 2 Leben, dann können wir es später wieder auf die Hand nehmen, wieder ausspielen. Sowas sieht man tatsächlich auch im Pauper, ist super cool. Könnt ihr noch ein Deck für sehr wenig Geld ein bisschen mit aufmotzen, gefällt mir echt cool. Ihr könnt natürlich auch das passende Dueland einfach nehmen, die dann einfach nur einen Lebenspunkt geben. Also Radiant Fountain würde ich höchstens in einem Deck spielen, welches zweifarbig ist. Und dann in 3-farbigen Decks kann man dann ganz klar mit den anderen Duel-Ländern das kombinieren. Ist dann eben nicht ganz so stark, weil man nicht ganz so viel Leben kriegt, aber eure Mana-Base ist definitiv ein bisschen sicherer. Gehen wir weiter, haben wir wieder einen schönen Cycle, wie ich finde. Der ist wirklich ein bisschen älter, sieht man nicht so oft. Kann man aber definitiv mal spielen, falls ihr die Länder irgendwo mal in einer Kiste oder so findet, kann man die ruhig beiseite legen. Die Storage-Länder, man kann sie halt aufladen, man kann ein Mana bezahlen und sie dann tappen, eine Ladungsmarke drauflegen oder eine Storage-Marke eben. Und dann können wir später x Marken davon entfernen, um uns x Mana dann auch zu machen. Also langsam aufladen das Land und später, wenn wir das Mana brauchen, wenn wir irgendwie auf eine Kombo hinspielen oder einen wirklich kostenintensiven Zauberspruch, kann man sowas auch mal benutzen. Hat man damals tatsächlich im Dragonstorm-Deck zum Teil gesehen. Ich glaube, das war Fungal-Reaches und Molten-Slack-Heap, also die roten Länder, wurden dann in Kombo-Decks gespielt. Man hat die zwei Runden aufgeladen, dann ein Land und dann irgendwie im vierten, fünften Zug dann einfach das Mana genutzt, um dann einen großen Kombo-Zug zu machen. Kann durchaus auch funktionieren, sind auf jeden Fall ganz cool. Dann kommt jetzt noch ganz kurz der neue Desert-Cycle, die finde ich alle cool, habe ich auch damals im Set-Review schon erwähnt. Hier die Rares aus der Edition, Hostile Desert, Endless Hands und Scavenger Grounds wurden jetzt auch immer im Standard gespielt. Die Endless Hands weniger, die habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber sollte man nicht unterschätzen, ist auch ein cooles Land. Also die Karten würde ich definitiv nicht irgendwo entsorgen oder einfach abgeben. Wenn ihr mal irgendwie was bauen wollt, ist das definitiv eine coole Utility-Mana-Base. Hostile Desert einfach als Man-Land, habe ich ja schon im Video gestern, beziehungsweise im letzten Video, je nachdem wann ihr es seht, schon drüber geredet. Man-Land ist immer sehr, sehr, sehr stark und ja, mit dem ganzen Desert-Wüsten-Thema zusammen. Hostile Desert definitiv gut, Endless Hands ebenfalls, weil wir unsere Kreaturen vor Removal oder einfach tödlichem Schaden bewahren können und sie später dann wieder ins Spiel bringen können, wieder zusammen mit Enter-the-Battle-Field-Effekten. Definitiv eine coole Karte und Scavenger Grounds, ja eingebauter Graveyard-Hate auf einem Land, ist immer Gold wert. Das ist super, es gibt bei Magic so viele Decks, die den Friedhof benutzen. Und wenn ihr so eine Graveyard-Hate-Engine einfach einbauen wollt auf den Ländern, ist das auf jeden Fall, finde ich, sehr praktisch. Hier abschließend noch der Uncoming-Desert-Cycle, sieht man auch immer wieder, sind alles coole Länder, natürlich alle nicht gut für jedes Deck. Die Deadlands kann man definitiv in nahezu jedem schwarzen Deck spielen, außer in dem super Agro-Deck auf jeden Fall. Chef in the Dunes, das Weiße Land, gibt allen Kreaturen, plus eins, plus eins, ist natürlich wieder super für so Token- oder White-Weenie-Decks. Die Ruinen, die Ramunab-Ruinen, die roten, ja, top, kann man einfach in jedem roten Deck spielen, um am Ende noch Mana irgendwie zu verbrauchen. Ja, jedes Land, jeder Desert wird zu zwei Schaden, warum nicht? Die grüne Oasis finde ich definitiv etwas schwächer und das blaue Land auch, kann man in einem Mill-Deck spielen und das grüne Land kann man notfalls auch spielen. Aber, ja, grüne Decks, da würde ich eher in Manland oder sowas spielen, Treetop Village zum Beispiel, muss nicht sein, aber der Vollständigkeit halber wollte ich dir hier mal zeigen, sind definitiv alles spielbare Karten. Dann abschließend noch für die Wüsten, die Sunscotch-Desert, ja, das ist auch so mein Favorit. Wenn ihr ein monorotes Deck baut, ja, viermal die Desert rein, macht man nie was falsch, man hat halt vier Schaden quasi auf vier Land-Drops dann noch. Super, super gut, was will man mehr als Rot-Spieler? Eine meiner favorisierten Länder mittlerweile. Dann kommt ein Cycle, Dark Ascension, altes Innistrad, da sind wieder die Länder auch unterschiedlich gut. World of the Archangels definitiv gut, in einem BW-Token-Deck zum Beispiel, wir können all unseren Kreaturen Todeswürden und Lifeling geben, unfassbar stark, dafür, dass das ein Land ist, super. Grim Backwoods würde ich definitiv in so einem, ja, schwarz-grünen Delirium-Deck oder irgendwie, wo man eigene Kreaturen opfert benutzen, wo man dann coole Effekte kriegt. Hat man halt ein Sacrifice-Outlet fürs Late-Game oder in Commander-Decks sind solche Länder dann auch einmal immer sehr gut, wie ich finde. Die Stensia Blood Hall, ja, ist für so ein Raktos-Deck, kann man später noch Mana benutzen, um Schaden zu machen, da geht dann meistens was besser. Wie gesagt, hier, dann wollte ich den Cycle nur komplett zeigen. Nefalia Drownyard hingegen, das Dimir-farbene Land, das ist ein Finisher, das wurde zu Standardzeiten benutzt, um komplette Spiele zu gewinnen. Man hat ein blau-schwarzes Kontrolldeck gebaut oder ein S-Buff-farbenes Kontrolldeck, der könnte natürlich, können wir machen, wie man möchte. Und dann spielt man nur Control Spells, Card Draw, Discard, Removal und vier Nefalia Drownyard, um das Spiel zu gewinnen. Man milt den Gegner einfach mit seinem Land, super stark. Mold and Haunt, ja, ist in Ordnung, finde ich auch, er ist eines der schwächeren Länder. Wir können Kreaturen im Friedhof Exile für 1-1er Spirits, das ist in Ordnung, kann man ruhig einmal in seinem blau-weißen, zum Beispiel in einem Spirit-Deck kann man es zum Beispiel noch ganz gut spielen, wenn man irgendwie einen Bonus für seine Spirits hat und für zwei Mana einen Token machen, ist halt auch in Ordnung, kann man zocken. Dann abschließend noch ein Land, was in diesen Cycle passt, Gavani Township, eins der stärksten Utility-Länder bei Magic, wie ich finde, ist schon ziemlich weit oben, sagen wir mal, so Top 10 würde ich spontan schätzen. Für vier Mana eine 1-1-Marke auf alle Kreaturen legen, die man kontrolliert. Im Modern wird dieses Deck oder dieses Land schon seit Ewigkeiten gespielt mit Kitchen-Fings zusammen, mit Persist-Kreaturen, einfach um in GW-farbenen Decks seine Kreaturen stärker zu machen. Und ja, mit Persist ist es halt unglaublich gut, weil die Kreaturen mit Persist ja immer einmal aus dem Friedhof wiederkommen, dann mit einer Minus-1-Minus-1-Marke wiederkommen. Und wenn wir mit der Township dann eine Marke da drauflegen, dann neutralisieren sich beide Marken und die Kreaturen dürfen einfach nochmal sterben, Kitchen-Fings zum Beispiel. Deswegen Gavani Township, definitiv eins der stärksten Utility-Länder. Gehen wir weiter in einen etwas anderen Cycle, hier habe ich bewusst das schwarze Land weggelassen, weil das ist wirklich schlecht, das könnt ihr euch noch angucken, wenn ihr möchtet, das schwarze Hideaway-Land. Hier erstmal die anderen, die auch, ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, würde ich sagen. Also zuerst haben wir die Mosswood Bridge, super, erstmal Hideaway, was ist Hideaway für die Leute, die das noch gar nicht kennen. Wenn diese Länder ins Spiel kommen, sie kommen erstmal immer getappt ins Spiel, das ist schon mal nicht ganz so cool, aber die haben alle einen sehr starken Effekt. Wenn die dann ins Spiel kommen, dürfen wir uns die obersten vier Karten unserer Bibliothek angucken, eine Karte davon verdeckt ins Exil schicken. Und je nachdem, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen wir dann die Karte, die wir mit Hideaway ins Exil geschickt haben, wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Bei der grünen Brücke ist das zum Beispiel, wir müssen Kreaturen haben, die zusammen mindestens zehn oder mehr Stärke haben. Das ist gut, mach mal, wenn ihr ein grünes Ramp-Deck spielt, definitiv Mosswood Bridge reintun. Hammerkarte, wenn man da eine 7, 8, 9, 10 Mana-Kreatur findet, man baut sein Board eh irgendwann auf und dann hat man zwei 5, 5er und dann kann man halt seine dicke Kreatur aus dem Hideaway für ein grünes Mana-Kasten. Super stark. Das gleiche zählt für die Windbrist Hates in Weiß, auch super stark. Dort müssen wir mit drei Kreaturen angegriffen haben, um das zu casten. Wichtig, nachdem man angegriffen hat, kann man die Karte schon sofort spielen, also bevor der Kampfschaden dann tatsächlich passiert. In dem Zug, das ist wichtig, ihr könnt das jederzeit dann aktivieren, wenn ihr einmal diese Voraussetzungen erfüllt habt. Und das ist natürlich bei Whiteweenie-Decks oder Tokendecks, das Weiße Land, sehr gut. Hymnen-Effekte können da drin sein, Pumpspells oder einfach starke Kreaturen. Oft habe ich da auch schon Gideon rausgecastet zum Beispiel, also definitiv Top-Länder. Ja, das blaue Land, die Insel, die Isle quasi, wir dürfen die Exilte-Karte casten. Wenn eine Bibliothek 20 oder weniger Länder hat, könnte man in einem sehr langsamen Control-Deck spielen, ist aber eigentlich für Mill-Decks gedacht. Wenn das gegnerische Deck schon was runtergemillt ist, kann man dann für ein blaues Mana zum Beispiel noch einen weiteren Mill-Spell aus dem Hideaway quasi casten. Sehr stark. Dann Spine Rock neu, wollte ich fast auch nicht mit ins Video reinnehmen, ist halt sehr speziell. Man muss sieben Schaden einem Gegner gemacht haben, um das zu casten. Das ist relativ viel, wurde früher in Turnier-Decks gespielt, auch in dem von mir eben angesprochenen Dragon-Storm-Deck mit den Storage-Ländern. Und man hat halt Schaden geschossen und dann einen sehr teuren Zauberspruch quasi aus dem Hideaway gespielt. Kann man definitiv Decks drum bauen, wollte ich auf jeden Fall erwähnen, weil ich finde alle Hideaway-Länder cool. Bis auf das schwarze Hideaway-Land, das ist einfach nicht gut. Das kann man glaube ich nur aktivieren, wenn kein Spieler Handkarten hat oder so. Kann man bestimmt auch ein Deck drum bauen, aber muss nicht sein. Wir gehen lieber einen weiter. Da ist schon, das sind wieder wirklich gute Top-Länder zum Teil. Das sind die Land-Destruction-Utility-Lands, die alle gut sind. Ich liebe alle fünf, die ihr hier seht, habe ich schon alle unendlich oft gefühlt benutzt. Ghost Quarter ist eher das Schwächste. Das spielt man zum Beispiel im Modern zusammen mit der Tectonic Edge. Wir können alle Länder opfern, um irgendwie ein Land zu zerstören. Beim Ghost Quarter hat der noch ein negatives Effekt, das Land. Der Gegner darf sich ein Basic raussuchen und es direkt ins Spiel bringen. Das ist dennoch in Ordnung, weil wir wissen jetzt, wie gut Utility-Länder sind. Und wenn der Gegner so ein Man-Land hat, das mit einem Ghost Quarter abzuschießen, definitiv stark. Also, wenn eure Gegner schon Utility-Länder zocken, könnt ihr auch gerne in euren Argo-Decks einfach mal so drei Ghost Quarter testen. Das ist definitiv gut. Dann Tech Edge, Tectonic Edge. Ja, zerstört nicht Standard-Land. Wir dürfen das nur aktivieren, wenn Gegner vier oder mehr Länder kontrolliert. Habe ich jetzt schon was länger nicht gesehen. Wurde früher in Modern-Control-Decks gespielt oder Hate-Beat-Decks. Spielen sie generell im Modern. Ist definitiv ein gutes Land. Wollte ich hier auch erwähnen. Dann, Rishadan-Port Wasteland. Das ist das Legacy-Land-Destruction-Paket quasi. Wobei der Rishadan-Port ja nur Länder wegtappt. Ist immer noch gut genug. Man tappt die gegnerischen Länder mit dem Port im Abkeep weg. Sprich, er kann das Mana dann nur noch für Spontanzauber benutzen, weil in seiner Hauptphase das Land schon getappt ist. Das Ganze kombiniert man dann mit Wasteland. Und hat halt eine sehr aggressive eigene Mana-Base, wo man dann die Mana-Base des Gegners angreift. Kann auch wirklich gefährlich sein. Wenn man gegen Land-Destruction gespielt hat, kann schon einen manchmal im eigenen Gameplan sehr behindern und einschränken. Deswegen kann man auf jeden Fall zocken. Stripmine, ja, das ist die Mutter der Land-Destruction-Länder. Opfern zerstört irgendein Land. Besser geht's wirklich nicht. Top. Ganz top der Länder und generell eins der stärksten Utility-Länder bei Magic, würde ich sagen. Es gibt schon wirklich absurd starke Sachen. Besonders, wenn man hier diese Länder kombiniert mit Zaubersprüchen, wo man seine Länder aus dem Friedhof wieder auf die Hand bekommt. Sei es sowas wie Life from the Loam. Das Leben aus Leben ist eine grüne Hexerei. Da kann man drei Länder aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Sehr stark kombiniert. Kann man auch mit Cycle-Ländern kombinieren. Dann solche, ja, so wirkliche Länder-Decks. Ich glaube, ich werde euch mal das Legacy-Deck vorstellen. Dann seht ihr das auf jeden Fall. Dann noch abschließend, nicht abschließend, es kommen noch weiter zwei Länder. Die sind wirklich, wirklich stark. Hier auch in der Online-Version quasi. Die gibt's beide nur in ganz, ganz, ganz alten Versionen. Sind unendlich teuer teilweise. Besonders Bazaar of Bagdad. Wollt ihr euch beide zeigen, sage ich nicht viel zu. Sind einfach sehr gute Länder, weil sie Karten ziehen. Der Bazaar of Bagdad macht keinen Kartenvorteil. Im Gegensatz zu der Library of Alexandria. Die man nur im Vintage übrigens sieht, diese Karten. Also im ältesten Magic-Turnier-Format. Und der Bazaar of Bagdad ist zum Beispiel für Dredge-Decks sehr gut. Oder für Reanimator-Decks. Weil man kann halt Handkarten, die man nicht auf der Hand haben will, mit einer Landaktivierung in den Friedhof kriegen. Unglaublich stark. Unglaublich teuer. Und wir gehen mal lieber direkt weiter. Dann Eye of Ugin. Ja, das ist relativ speziell. Wurde im Modern auch gebannt dann irgendwann. Ist ein sehr starkes Deck, wenn ihr ein starkes Land, wenn ihr ein Eldrasi-Deck spielt. Also, ja, immer gut. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Eye of Ugin. Macht alles billiger. Sucht Länder, äh, sucht Kreaturen aus dem Deck. Sehr, sehr, sehr stark. Dann noch Valakut. Da habe ich schon mehrere Deck-Checks auf dem Kanal zu gemacht. Spielt man mit Scape-Shift zusammen in diversen Combo-Decks. Sehr effektives Land. Muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Destalett Lighthouse. Das ist das gute Gaia-Reach-Sanatorium, was ich immer bei Magic Duels spiele. Denn hier ziehen nur wir selber eine Karte und werfen dann eine Karte ab. Hat man immer wieder in Is-It-Farbenen Control-Decks gesehen. Man kann Karten nachziehen und Länder oder schlechte Zaubersprüche einfach von seiner Hand abwerfen. Also seine Kartenqualität einfach deutlich erhöhen. Und das Lighthouse auch eine super Karte. Dann, hier haben wir gerade als Hintergrund das Seagate Wreckage. Auch super für drei Mana. Können wir eine Karte ziehen, das dürfen wir nur machen, wenn wir keine Handkarten haben. Aber ein Land, was Länder oder was Karten nachziehen lässt, ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Und in aggressiven, farblosen Deck, in so Eldrasi-Agro-Decks, Seagate Wreckage, immer definitiv ein Top-Land. Auf der nächsten Seite haben wir etwas für die Weiß-Spieler. Zum einen Karakas, das ist auch ein Legacy-Land, das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Bei den Casual-Spielern ist es auch ein bisschen teurer. Man kann legendäre Kreaturen damit bouncen. Ihr könnt euch vorstellen, das ist schon ein starker Effekt für ein Land. Es gibt sehr viele starke, legendäre Kreaturen und die einfach nur auf die Hand zurückzubringen durch ein Ländertappen. Unfassbar stark. Dann Emeria the Sky Rune. Das ist schon eher was, das ist nicht ganz so teuer, das Land. Und ist sehr cool in sehr langsamen, weißen Decks. Mono-weiße Decks, so Mono-Weiß-Control mit vielen dicken Kreaturen. Oder ruhig auch in zweifarbigen Decks. Denn immer im Abkieb, wenn wir sieben oder mehr Ebenen kontrollieren, dann dürfen wir eine Kreatur wiederbeleben mit diesem Land. Und eine Kreatur wiederbeleben, nur mit einem Land. Unfassbar stark. Definitiv nicht zu unterschätzen. Deswegen, dieses Video war, glaube ich, dringend nötig. Die Macht der Utility-Länder. So stark manche Länder. Mace of Ease auch direkt. Super stark. Tappen, enttappt eine angreifende Kreatur. Und dann wird aller Schaden verhindert, den diese Kreatur kriegt. Und den sie zufügen würde auch. Also eine Kreatur komplett aus dem Kampf quasi entfernen. Egal wie stark die ist. Super stark. Geht natürlich nicht gegen Shroud- oder Hexproof-Kreaturen. Aber davon jetzt eh immer ausgenommen. Aber eine ganze Kreatur am Angreifen hindern ist cool. Man kann sich ja seine Länder auch raussuchen aus seinem Deck. Und dann spielt man nur einen Mace of Ease gegen bestimmte Decks, die damit immer mit einer sehr starken einzelnen Kreatur angreifen. Ist das einfach Gold wert. Sehr stark. Dann etwas, was ich eigentlich nur in Commander-Decks eigentlich immer sehe, ist der Reliquary Tower. Wollte ich mit reinnehmen. Man hat keine maximale Handgröße. Also man darf mehr als sieben Karten auf der Hand haben. Halte ich eigentlich nicht für nötig. Und halte ich eigentlich auch für ein etwas schwächeres Utility-Land. Weil wenn man viel zu viele Karten zieht auf der Hand, also wenn man den Tower wirklich braucht, dann ist irgendwas an dem Deck nicht ganz richtig, weil man nicht genug Mana hat, um die ganzen Karten noch auszuspielen. Aber ich dachte, es wäre mal nützlich, auch gerade den Tower den neueren Spielern zu zeigen. Weil vielleicht braucht ihr ja sowas. Und ja, wollte ich da auf jeden Fall mal gezeigt haben. Dann gehen wir einen weiter. Haben wir noch Javi Maya-Holo. Ja, Tapp für ein grünes Mana. Also grünes Mana bezahlen. Tappen, regenerier eine Kreatur. Das ist auch unendlich stark. Das schützt vor Removal, vor Kampfschaden, alles Mögliche. Ist auch ein bisschen teurer. Das Land ist auch ein legendäres Land. Darf man also nur einmal im Spiel haben. Und wenn der Gegner sowas hat, dann wünscht man sich echt einen Ghost Quarter, um das abzuschießen. Weil ja, gegen das Holo habe ich schon ein paar Mal verloren. Es ist super, super stark. Weil ja, die Kreaturen des Gegners sterben einfach nicht. Super stark. Dann hier wieder Graveyard Hate eingebaut auf dem Land. Bojuka Bock. Super cool. Kommt getappt ins Spiel. Das ist natürlich ein kleines Manko. Aber das nimmt man gerne in Kauf. Denn man kann einen Friedhof komplett exilen. Und natürlich dann auch wieder in einem Deck, wo man sich Länder aus dem Deck raussucht, ins Spiel bringen. Kann im richtigen Moment. Ja, Graveyard Hate auf dem Land. Definitiv top. Dann Sanktum auf Ugin. Das ist natürlich wieder was für die großen Ram Spells. Das hätte ich eigentlich bei Eigauf Ugin zeigen können. Weil es in der Regel in Eldrasi-Decks gespielt wird. Aber jeder Colorless-Spell, der sieben Mann oder mehr kostet, aktiviert das Sanktum auf Ugin. Wir dürfen das Opfern uns dann eine farblose Kreatur aus dem Deck raussuchen. Steht also nichts mit Eldrasis oder irgendwie sowas drauf. Es ist ja auch Ugin vorne auf dem Bild. Ich kenne es halt nur aus Eldrasi-Decks, das Land. Kann man aber definitiv in Colorless-Ramp-Decks reinbauen. Also grünes Ramp-Deck, wo man dann halt Eldrasis am Ende castet. Oder generell Artefakt-Kreaturen gehen halt auch. Sind ja auch farblos. Und es ist ein super, super starkes Land. Oder wenn ihr ein Kolossus-Fling-Deck spielt. Das spiele ich ja auch sehr gerne bei Magic Online zum Beispiel. Bei Magic Duels. Da kann man das Sanktum super reintun, wenn ihr ein Deck so in echt habt. Sehr stark. Dann Bosaiju, das Anti-Blauland quasi. Verhindert, dass die eigenen Spells gecountert werden. Man muss zwar zwei Lebenspunkte jedes Mal bezahlen. Aber Bosaiju sieht man gerne in Combo-Decks. Die versuchen ein Instant oder eine Sorcery zum Gewinnen zu spielen. Und damit man das auf jeden Fall hinkriegt, kann man dann Bosaiju natürlich in seinem Deck spielen. Falls ihr manchmal Probleme mit eurem Combo-Deck gegen blaue Counterspells habt. Vielleicht wäre Bosaiju dann das Richtige für euch. Jetzt seht ihr hier für dieses Video die letzten drei Länder. Die wollte ich euch noch zeigen. Haben alle was mit Artefakten zu tun für die Leute, die gerne mit Artefakten spielen. So wie ich finde ich super. Alle drei Länder habe ich schon mindestens 100 Mal benutzt, würde ich schätzen. Super stark. Erstmal Inventorsphere. Cool im Upkeep, wenn wir drei oder mehr Artefakte haben, kriegen wir einen Lebenspunkt. Nehmen wir gerne mit. Tappt für ein Colorless. Kommt also auch ungetappt ins Spiel. Was will man mehr? Und für vier Mana können wir das opfern. Das dürfen wir nur aktivieren, auch wieder wenn wir drei oder mehr Artefakte haben. Dann opfern wir die Inventorsphere und suchen uns ein Artefakt aus dem Deck und nehmen es auf die Hand. Also ein Tutor-Effekt für ein Artefakt auf einem Land, was parallel noch Lebenspunkte macht. Was will man mehr? Super stark. Dumbled Ruin spiele ich immer in meinen Artefakt-Commander-Decks, weil da darf ich ja jedes Land nur einmal spielen. Könnte man zum Beispiel alle drei, die ihr hier passiert, einmal ins Deck reintun, wenn euer Commander-Deck was mit Artefakt macht. Die Ruins zwei Mana tappen, opfern und dürfen Artefakt aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Wenn wir uns einmal vorstellen, was für starke Effekte manche Artefakte bei Magic haben. Manche kann man opfern, um drei, vier Karten zu ziehen oder um Schaden zu machen. Und wenn wir das für zwei Mana einfach wieder zurück auf die Hand nehmen können, dann wieder so viele Karten ziehen können, ist die Bullet Rune definitiv ein Top-Land für mich. Dann Academy Runes. Die ist noch besser natürlich. Ich spiele sehr gerne mit dem Mindslaver. Das ist ein Artefakt. Wenn man das opfert, kann man den Zug des Gegners eine Runde lang übernehmen und mit den Academy Runes ist das natürlich eine sehr fiese Kombination. Wir dürfen ein Artefakt aus unserem Friedhof auf die Bibliothek legen und können halt damit zum Beispiel beliebig auf den Gegner Mindslavern, dass er zum Beispiel nie wieder einen eigenen Zug hat. Und wir kontrollieren dann alle seine folgenden Züge sehr stark. Generell sind das alles Länder, die irgendwie Kartenvorteil machen. Die Ruinen streng genommen nicht, aber sie legen halt immer ein richtig gutes Artefakt auf das Deck, was man dann halt natürlich wieder zieht. Ist auf jeden Fall eine gewisse Form von Kartenqualität, würde ich sagen. Und mit diesen drei Artefaktländern möchte ich diese Videoreihe zum Thema Länder beenden. Lasst auf jeden Fall reichlich Kommentare da, wie ihr euch das Ganze gefallen habt. Gerne Vorschläge, was ihr in der Deckbauecke sehen wollt. Ich rede ja hier immer gerne über bestimmte Kartentypen so aller Top-Liste, nur natürlich viel ausführlicher. Ja, ich hoffe, diese Länderreihe hat euch gefallen. Bin gespannt, was ihr sagt. Und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.